Hey, ich baue jetzt ein Minergiehaus. Hm, Minergie, da darf man doch die Fenster nicht aufmachen. Ach Quatsch, in Minergiehäusern darfst du lüften, aber du musst nicht. Auch wenn die Fenster zu sind, hast du immer frische Luft. Minergie ist das Schweizer Label für hochwertiges, energieeffizientes Bauen. Minergiehäuser funktionieren als Gesamtsystem. Sie produzieren Teile ihrer Energie selbst, heizen fossilfrei, haben eine Top-Dämmung, angenehmes Raumklima und verbrauchen wenig. Das ist gut für die Umwelt und deinen Geldbeutel. Ja, aber ist das nicht kompliziert beim Bauen? Nein, das ist kinderleicht. Minergie bietet drei Baustandards. Minergie für Niedrigenergiehäuser, Minergie P für noch mehr Komfort und Minergie A für Plus-Energie. Dazu gibt es ökologische Standards und Qualitätssicherungen. Natürlich kannst du auch schlechter bauen, aber warum solltest du?